Hallo Chiara. Wer bist du denn? Ich bin Chiara. Ich komme aus Mannheim und habe da Politikwissenschaft studiert und ich würde gerne Journalistin werden später und deswegen bin ich jetzt auch bei Isi Müssen. Sehr cool. Seit wann bist du denn schon in Deutschland? Ich bin hier geboren, das heißt seit 24 Jahren bin ich schon in Deutschland. Was findest du besonders cool in Deutschland? Ich mag in Deutschland, dass es so bunt ist, dass so viele verschiedene Kulturen aufeinander kommen und man viele Menschen kennenlernen kann, die von unterschiedlichen Orten kommen. Was findest du nicht so cool in Deutschland? Ich mag an Deutschland nicht, dass es manchmal sehr steif ist, sehr geordnet und die Leute manchmal sehr kalt sind. Und wie sind deine Pläne für die Zukunft? Ich habe zwei Studienplätze für meinen Master bekommen, einmal in München und einmal in Mainz, Paris und deswegen weiß ich noch nicht, wo es hingeht, aber beide sind sehr cool und ich hoffe, eins von beiden wird es auf jeden Fall. Und was ist deine Aufgabe bei Easy News Time? Meine Aufgabe ist der Politik Teil, also ich werde euch Dinge zu der deutschen Politik erklären und da freue ich mich schon sehr drauf. Sehr cool, damit hilfst du mir viel. Vielen Dank!